Einen Tag nach der Beerdigung von Yevgeny Prigozhin hat der Kreml eine internationale Untersuchung des Absturzes durch den brasilianischen Hersteller des Flugzeugs abgelehnt. Der Sprecher von Wladimir Putin deutete allerdings an, dass das Flugzeug mit zehn Personen an Bord absichtlich zum Absturz gebracht worden sein könnte. Was vorgefallen ist, sollen die russischen Ermittlungen ans Licht bringen. Ihr wisst, worum geht es um die russischen Ermittlungen, die die russischen Ermittlungen anbieten. Deswegen werden wir uns noch ein Ergebnis für unsere russische Ermittlungen, das im Следственlichen Kommite. Viele Kreml-Kritiker und Experten im Westen gehen davon aus, dass der Absturz und Prigozins Tod ein Racheakt für den Aufstand der Wagner-Truppe Ende Juni waren. Der ehemalige Putin-Vertraute Prigozhin hatte die Militärführung und sogar Putins Begründung für den Krieg in der Ukraine immer wieder öffentlich kritisiert.